so einer der vielen gründe warum computer sterben ist das hier alle 14 tage ab 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 so schön sauber machen so alle 14 tage ist das hier leider nötig an dem ding eigentlich wollte ich ja nur den speicher wechseln aber wenn wir schon mal dabei sind dann machen wir das so richtig ich Das war's für heute. Das war's für heute. So, Zahnbürste wird gebraucht. Druckluft fertig. So, einmal, zweimal. Acht, sechzehn. UKCA. 62,50 Euro, inklusive Versand. Kingston, 32 GB. Da ist der Vatiger mal gespannt. Und zwar... Jo, ansonsten ziemlich aufgeräumt hier alles. Kannst du nicht mutzen, ne. Bootlaufwerk. Erweiterung, SSD. Ziemlich, ziemlich wartungsfreundlich. So, Deckel haben wir sauber. Und das war's auch schon mit dem Umbau und sauber machen. Eigentlich eine ganz easy Kiste, ne.